In diesem Video geht es um den Leerlauf, die Quelle und die Klemmspannung und das jetzt mal so ein kurzes Aufklärungsvideo. Jetzt mal dazu zwei Schaltungen. Hier haben wir jetzt mal in der ersten Schaltung eine Spannungsquelle, jetzt mal mit 12 Volt und dann wäre jetzt hier die 12 Volt die Quellspannung, weil das ja dann die Spannungsquelle ist. Und dann haben wir jetzt hier noch einen Inverstand berücksichtigt, die RI und hier dann die Klemmen. Und dann an den Klemmen haben wir jetzt hier die Leerlaufspannung U-Leerlauf, weil wir sind jetzt hier im Leerlauf. Wir sehen, wir haben jetzt keinen Verbraucher angeschlossen, dementsprechend fließt kein Strom hier. Wir sind im Leerlauf und dann gilt auch hier, dass jetzt die Quellspannung U-Q gleich der Leerlaufspannung U-Leerlauf ist, weil wir sehen, wenn wir jetzt keinen Strom haben, dann gibt es auch keinen Spannungsabfall über den Innenwiderstand. Deswegen 12 Volt, die hier sind, sind auch hier. Beides ist gleich, aber jetzt nur von der Vorstellung wichtig, die Spannungsquelle, das ist mal die Quellspannung und hier jetzt eine Klemmen im Leerlauf, die Leerlaufspannung. Jetzt ein bisschen anders ist es, wenn wir jetzt hier einen Verbrauch haben, jetzt mal hier mit Kühllampe, dann wäre das jetzt wieder die Quellspannung. Aber jetzt ist es noch so, dass jetzt hier mit Verbraucher dann ein Strom fließt. Und wenn wir jetzt noch den Innenwiderstand berücksichtigen, jetzt nochmal eine Sache dazu, man berücksichtigt den Innenwiderstand nicht immer. Also der Innenwiderstand, den gibt es durch die Leitung an sich. Also jede Leitung hat selbst so einen ganz kleinen Innenwiderstand, RI, den man manchmal berücksichtigt, manchmal nicht. Also hätten wir den jetzt nicht berücksichtigt, dann hätten wir jetzt hier die gleiche Spannung wie hier, also das für die Quellspannung. Das ist jetzt eben die Klemmspannung zwischen den Klemmen, wenn wir jetzt einen Verbraucher haben. Und wie gesagt, ohne RI wäre UQ gleich UKL. Mit RI sehen wir, ist ein bisschen Strom, dadurch gibt es einen kleinen Spannungsabfall. Und dann wäre jetzt hier mit RI die Klemmspannung UKL gleich UQ minus RI mal I. Und das ist jetzt eben, wie gesagt, die Vorstellung, dass wir die Klemmspannung, wenn wir einen Verbrauch haben, Quellspannung ist mal gleich, Leerlaufspannung, wenn wir Leerlauf sind. Das ist jetzt mal so zur Prüferklärung. Und das war's dann. Da haben wir jetzt dieses Video.